HALF-MISO-Element 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 Unser HALF-MISO-Element HETA-PSB ist ein innovativer Plattenanschluss. Er wird als tragendes, wärmedämmendes Element zur thermischen Trennung von Stahlbetonbauteilen, wie beispielsweise Balkon- und Deckenplatten, verwendet. Die Druck- und Schubkräfte werden über patentierte Druckschublager aus faserverstärktem Hochleistungsmittel übertragen. Bei der Entwicklung haben wir Form und Eigenschaften auf hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringer Wärmeleitfähigkeit optimiert. Der Primärenergieverlust wird hierdurch deutlich reduziert. Die mehrteilige Ausführung und flexible Kombination der Module ermöglicht deutlich geringere Transport- und Lagerkosten sowie weniger CO2-Emissionen. Alle verwendeten Baustoffe sind recycelbar und bestehen überwiegend aus recyceltem Material. Daraufgast. Daraufgast. Diciosرج W Не nochmals,